So, herzlich willkommen bei Speedrunners. Einen neuen kleinen feinen Let's Play. Einen ist da. Hallo. Der Show-Tech ist auch jetzt gerade da. Ja, hallihallo. Und wir warten jetzt noch auf jemand anderen. Auf den dritten, nee, auf den vierten zufälligen Gegner. Sehr lustiges und leidsame Spiel, wie ich finde. Laut mir da mehr ein, bitte. Ich verkackte zwar die ganze Zeit, aber... Ah, da muss ja der Letzte sein. Ja, ja. Die Letzten werden die Ersten sein und so. Oh. Na, wisst ihr ja, wie das heißt. Nur leider trifft es bei dir nie zu. Nee, leider nicht. Oh. Ich kann jetzt hier meinen Charakter auswählen. Ist doch schon ausgewählt, ne? Ja. Aber ich kenne, wieso kann ich jetzt nicht mehr noch switchen? Du musst nochmal bestätigen drücken, weil du Ares ruhig was. Irgendwie bin ich bei euch drinnen. Was? Irgendwie bin ich nicht drin bei euch. Ah, jetzt bist du drin. Press X to Advanced Timer, ja. Ah, scheinbar zu gehen jetzt. Oh. Tja, ja. Nehmen wir das normale DSS-Level, ne? Sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Also Streetrunners 9,99. Auf, äh, Steam. Und gleich gibt's hier schöne Action. Hab ich gehört. Ich hab doch schon ein Level ausgewählt, wieso kann ich denn jetzt... Pick Level to Advanced Timer. Vielleicht muss ich meine Steuerung nochmal einstellen. Ne, das haut nur noch ganz nicht hin. Achso. Ist doch noch nicht. Normal. Beta, Alpha, Beta, Beta, Beta. Early Access, glaube. Early Access, Beta, ja. Weiß das nicht. Schon sehr lustig. Unterhaltsam. Mal gucken, wie ich jetzt verkacke. Wir haben ja schon ein bisschen getestet und ich hab schon auch nicht verkackt. Beto. Du warst nicht so schlecht wie ich. Ja. Oh, hast ja immer die Tasten bei sich mal eingestellt. Letztes Mal gestern sehen müssen wir irgendwie stehen geblieben und sein Taunt gemacht hat. Und sich verdrückt hat. Ja, ich glaube, im Gamepad macht's für nicht mehr Sinn, aber ich find meins jetzt gerade nicht. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig und doof. Ähm, ja. Oh, jetzt zieht der ganz schön an hier, ne? Alter, schau. Ja. Ah, jetzt. Drei, zwei. Tschüssikowski. Hä? Ihr seid in die Zacken reingelaufen. Nein. Verdammt, ich bin auch in die Zacken rein. Verdammt. Ich bin schon wieder tot, ey. Ja, ich steh auf, ich steh auf. Wer spielt denn mit der Hexe gerade? Ach, Showtech. Ich. Ah, ich steh auf. Ich steh auf. Das war's für dich. Ah, nein. Nein, nein. Was war denn? Nein. Nein, benutzt. So, ich hoffe, ich hab meine... Oh, es geht weiter. Was soll das denn? Wow. Alter. Wie bin ich jetzt hochgekommen? Was soll über das denn gerade, ey? Keine Ahnung. Das war... Das war ein Megaschub. Ja. Dieser Peanut-Ding scheint ganz gut zu sein. Das ist ein Bot. Ach so. Der ist schon besser als wir. Keine Kunst. Nee. Ja, nee, ist klar. Verdammt, verdammt, der Anschluss. Wow, krass, nur noch gerettet. Nein. Oh, ich war so weit vorne. Ja, ey. Ey. Sag mal. Was ist denn da nicht in Ordnung? Ich hab... Ich hab jetzt zum dritten Mal aneinander das selbe Item. Boah, ist das gemein, hör. Nein. Steh auf. Geh da. Oh, verkackt noch. Nein. Ja, danke. Mist. Oh, nein. Na, komm, na, komm. Nein. Wieso bin ich jetzt liegen geblieben durch was? Oh, ich hab mal gewonnen, ey. Ja, was hat's? Ja. Toller Start im Mitten auf dem Stachelring. Wie müssen wir denn überhaupt? Oh, nee, ey. Jetzt krieg ich bestimmt keine Gnadenfrist mehr. Meinst du? Nee. Ah. Du, er lässt einem auch keine Chance ein. Ich weiß auch nicht, wie hat denn die Map denn ausgewählt? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich finde, wir sollten die bei der Map bleiben. Also bei der bei der einen. Er war berührt wegen unten auf Zufall. Unten auf Zufall, ja. So. Endlich, jetzt geht's mal schneller. Ja, ja. Die sieht leichter aus. Ja. Also Stacheln nicht berühren. Ja, warum aber ich, Mann. Da seid ihr bescheuert. Weil du das Opfer bist. Gebt wirklich Opfer. Let's go. Nein. Nein. Ei, 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 ei. Oh. Ha. Komm. Ja, ja. Ja, komm, guck da. Oh, Sturate. Wie hat der denn gewonnen, ey? Der war ganz weit vorne. Ach was, okay. Mist. Wer läuft da als dieser Fuchs durch die Gegend, ey? Füchsen. Ach, Füchsen. Verdammt. Oh, nein. Oh, ich dachte, unten geht's weiter, ey. Ich wollte mich verarschen, ey. Oh. Ey, diese Dinger hochzukommen, das finde ich extrem schwierig, ey. Oh. Das geht ja schnell. Ah. Oh. Ah, nein, nein. Oh, guck mal, was ich schaffe. Der rote Rand kommt nicht immer näher. Jetzt überholt schon der Gehirn fast noch. Kopf an Kopf renne. Ah, du Wichse. Hat fast... Ah, hat geklappt. Ach, was ist die erste Runde, die jeder gewonnen hat? Ja. Das ist schon der Gehirn. Das ist die zweite Runde überhaupt gemacht, dann. Ach, stimmt. Ach, die erste Runde hat ich ja gewonnen? Nee, hab ich nicht. Nee, die hat ja komischer Link gewonnen, der. Der Bot. Ja. Verdammt, hat schon wieder das Ding gekriegt. Nein, das gibt's doch nicht, ja. Und, hoppala, hab ich schon wieder versagt, ey. Unfassbar. Immer so kleine Ecken, hey, fixe. Crucifix, ne? Naja, also wieder die Waffen aufkommen. Ach, ja, den Bot solltest du aber kriegen, ja. Ja, ein sehr lustiges und heilsames Spiel, wie ich finde. So wird es auch mal kurz. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mal so ein gutes Spiel finde. Aber hier, dann behauptet ihr, das ist schon seit Monaten vorgeschlagen. Ja. Oh, sehr schön. Der Bot macht dich fertig, ey. Mach dir mal Gedanken darüber. Ah, haha. So, ich mach da nur eine kurze Pause, ich muss essen und so. Naja. Allt, verdammt. Geht's nach unten? Ach, nee. Das ging nach oben. Mist. Wahrscheinlich eine kleine Pause. Bist du auch da? Wow. Ja, fantastisch versagt, hab ich. Ja, das ist doch nicht. Aber hier, dann versagt gerade auch ordentlich. Aber jetzt wurde wieder auf. Das klingt, als wäre die hochkonzentriert. Ja, nein, wir doch nicht. Ne, sieht nur so aus. Ah, der Bot wäre fast abgeschützt. Oh. Wo gehst du hin? Äh, was ist jetzt los? Tja. Hat Hida mal wieder gewonnen. Sehr schön. Du? So. Mehr dann im zweiten Part. Abonnieren, liken, kommentieren. Auf geht's hier. Mit, wie hieß das Spiel nochmal? Speedrunners. Speedrunners. Genau. Speedrunners. Im zweiten Part gibt's mehr. Tschüss, Showtech. Tschüss, Hidan. Ciao. 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 Ciao.